ich bin schon ein schönen sonntag vorweg ich danke allen fürs zuschauen wir arbeiten jetzt weiter mit holz nebenbei machen noch auf welt 38 und bekämpfe und auf welt 60 wir bringen unsere zeit die aktuelle mit dem holz sehen weil dann die beiden arbeiten von alleine hoffe ich jedenfalls ja das kann man sogar sehen da unten das heißt plantenschutz ist bei nur 45 prozent voll und dünner weizen ist 13 prozent leer der macht aber ganz gut nach voll alleine bis auf eine kleine ecke wo man eingreifen muss weil er da nicht klarkommt kommt um die kurve rum ja wenn uns soweit ist dann können wir einbleiben entschuldigung dann müssen wir einen neuen kurs entfahren aufstoßen ich habe Cola dronken ich müsste facher trinken werde ich auch nicht erholen wasser immer noch so heiß drauf da sind ja 37 und da sind bei mir sind es auch 35 grad im drinnen wird es auch noch mal wärmer aber auch dank der rechner und motor ist ja leider so ne das licht weniger das licht das led das ist nicht so heiß aber irgendwie nur heute und morgen wo es so heiß ist dann soll es ein bisschen kühler werden wo es in der Wohnung eh länger dauert wir können ja nachts ein bisschen Fenster machen dann kühlst du ein bisschen besser ab und vor allem kann man wasser klappen und jetzt nächste auch angenehm kühl waren anzuzeigen erst nach 14 grad hat man schon gemerkt dass auch beim Fenster das besonders frühe angenehm wurde weil ich das früh die kannst du richtig aufmachen nachts auch kippt weil ich mit Mücken nicht schlafen kann aber in der hoffnung dass die Mücken dann früh ab 7,5 oder so halb 7 ungefähr gewacht werde zufälligerweise dann weg sind und dann mache ich ganz auf heute wird bis halb 10 geflafen richtig lange wenn es nicht kühl war dann klappe ich dann sehr gut wenn es zu warm ist das nix was ja meine sorge morgen bei der arbeit gut ich habe kühlschicht und dann geht es auch noch aber wenn es steht steht da wird schon richtig egel weil ab Mittag sind ungefähr 30 grad in der Halle die Luft steht da war ja noch Holz da war nicht rein gemacht so guck mal schauen Weizen 7% hat er noch drinne und bei Dünger 35% jetzt wird bis hin zurück runter runter Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn wir gleich mal den Rest entwachen und die Ecken abfahren und Kontrolle machen, weil es gemacht wurde, ist doch nicht so viel, ja, 100 Stück, 100 Prozent, naja, aber knapp, also, da können wir nicht viel nacharbeiten. Wenn wir keinen Reißwagen haben, dann machen wir keinen Reißwagen. Das äußerst blöd. Wieder steuern. So. Jetzt. Linke Arm und den Freiham haben. Und dann den zweiten dazu. So. Und jetzt. Und was? Gehen wir, schauen wir weg. Dann haben wir die. Dann ist nicht. Die Ecke ist... Okay, dann haben wir. Das ist auch soweit okay. Schauen wir mal die andere Ecke. Dann haben wir uns zu, wenn du siehst, sie vorbärst. Wenn der Korn fertig ist, dann kann man ja mit Zeit. Dann machen wir noch ein Weg. Gehen wir ganz schnell hin. Ausklappen. Gehen wir kurz rüber gehen mit Aussaat und mit... Jetzt, wo wir vorher. Und weg ist das Teil. Vielleicht befürchtet, dass er beim... beim Treffen stört. Ich rufe ja so fest. Normalerweise, wenn es einen Schuhhaufen gibt. Und wenn das entsprechend... ...nachwächst, dann kann man ja ansprechend aufwächeln. Das ist ein Witterung. Was wir aber machen müssen, ist... Wie sieht aufgangs gut aus. War da sehr gut gemacht. Und man lobt den Kurfallfahrer, ne? Fällt da was hin. Fällt da was hin. Hier, wo wir nacharbeiten, anscheinend weil die Kurve so ungünstig ist. Aber deswegen haben wir ja die Kurve nacharbeitet. Und wenn wir alle gleich reparieren... Ein paar Mal weg zurück. Auf der Wiese. So, in Ansicht, das können wir besser gucken. Mit einem langsamen Held hier im Ort. Hell wird dann überhaupt in Thüringen, ne? Mit Hell. Hier kann man den Kurs löffeln. Das hat sich erledigt. Nachdem der Wachstum durch ist, werden wir auf Feld 12 beginnen. Das heißt, wir werden vorbereiten. Wir werden absichtlich anfangen. Weil... Irgendwann kommt ein Wachstum jetzt so 6 Uhr. Dass ich repariert habe. Und die Wartung gemacht habe. Alles aufgefüllt habe. Das dauert ne Weile. Weiß ich das gar nicht genau. Ob ich einen Lager drin habe. Im Lager. Ich brauche immer nix drin. Was theoretisch funktionieren würde, ist ja später, weil ich das produzieren würde. Das muss ich einfach lassen. Das kann man im Lager drin bringen. Dann machen wir gleich voll. Es ist sehr schwer zu finden, welcher Punkt ist der Zug. Also den Trigger zum Fall machen. Da kann man fit erkennen. Da bin ich dran. Jetzt sagt er genau gleich. Äh, mit. Da bin ich dran. Da bin ich dran. Jetzt sagt er genau gleich. Äh, mit. Da bin ich dran. Einstellen. Denn ich habe meistens das Problem, dass ich es näher vergessen habe. Überhaupt. so. So. Stehen lassen. Und erwarten nicht, aber wir werden. schauen wie unser Unkrautfuzzi, wie weit dafür ist. das ist auch fast was ja sieht gut aus sollte mir noch geschaffen in der zweiten zehn minuten ungefähr das feld 60 fertig dann könnten wir wenn wir den hätten wir haben aktuell nur den einen traktor wir müssen noch einen zweiten mit pflegebereifung haben dann können wir gleich düngen vorbereiten vor allem mit pflegebereifung haben wir nicht was die gehen nicht der fett aktuell hat er kaum noch hat er kaum wird nicht das war alles haben der ist jetzt bei 33 prozent dann können wir schauen ob das ein fein getrimmt würde ob wir den über der garage reparieren dann wird er etwas schneller pro 12 kam also das maximum ist ach holster kaufen können wir noch mit holz machen das andere dauert noch ein bisschen dann haben wir hier ein paar hölzchen ein paar bäume verkaufen dann haben wir ein bisschen geld für wir brauchen immer ein bisschen geld für für dünger für kalt für landen ein paar hölzchen das brauchen wir alle kann man ein bisschen was haben wie man jetzt gerade sieht wir hätten noch ein paar hölzchen kaufen können mit pflegebereifung aber nicht können wir auch nicht kaufen Geld geht aber schauen wenn wir jetzt nur einen großen Felder haben auslösungszeichen müssen noch mehr maschinen haben wir müssen zumindest zur gleichen zeit gönnen und nutzen können ach einschalten anschalten anschalten ausmachen anschalten Oh, oh no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. oder vier wochen weiter so wie anders als wir tun wir haben die jahreszeit wenn man denkt es ist es ist es 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich fahre, wenn ich alle Kurse löschen, weil auch das Lager neu ist und dann mal neu einfahren. Ich höre die Läutern schon hoch, ne? Das ist schon schön geworden. Das ist ja wie hier an Tage hier. Das brauchen wir ja noch ungefähr. Das ist nur noch ein Rest. Das wollen wir nicht alles voll machen. Das können wir hinterher voll machen, wenn wir Zeit haben. Das heißt, wir können gleich auf 5 Uhr gehen, sobald es ein Kopf weg ist. Und dann können wir sehen, wie das teilweise reicht wird. Das heißt, da müssen wir uns auch noch einfahren lassen, ne? Das reicht. Das sollte ausreichen für... Aber wir machen nächste Folge. So, liebe Zuschauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Ich sage auch noch danke dafür. Dann sage ich Tschüss und Winke Winke. Tschau, tschau. Tschüss, Danny.